Servus, grüß euch. Ich bin der Michi von der Schleswig-Schifffahrt. Ja, das Wetter wird wieder schön, wird wieder warm. Wir sind wieder da für euch. Ab 1. Mai haben wir wieder unsere Schifffahrt, unseren Linienverkehr und wenn es schön Wetter ist, sind wir vorher schon da. Gebt vorbei, wir hatten uns gefreut.